So, liebe Rust-Freunde, und da sind wir wieder in einer schönen, idyllischen, und da läuft irgendwer weg, ähm, schönen, idyllischen, äh, Landschaft hier, und, äh. Ja, mit dabei, ihr könnt's leider jetzt nicht sehen, weil's ein gemoddeter Server ist, der Pox und der Özyplay, der Özyplay, der kniet ja vor uns, der, äh, ja. Naja, ihr seht, ich hab's... Es bin ich dich. Ich weiß nicht, wer wer ist. Ist ja auch egal, also, äh... Ist mir egal, ist mir egal. Heute haben wir mal keine Challenge, wir wollen mal wieder ein bisschen was aus der aktuellen Version zeigen, ein bisschen sozusagen reinschnuppern, was es so aktuell ist, gibt, ja. Dort hinten ist ein Wald, gehen wir dort mal hin. Ja, wir gehen mal zu dem Wald hin, aber warte, hier sind vorhin noch irgendwo irgendwo, da vorne sind Loks. Was? Ja, cool. Loks. Holz. Das können die. Achso. Nehmt's mir nicht weg. Äh, nein. Hier gehen wir nicht hin. Hier gehen wir nicht hin. Oh, fuck. Alles schön ausgegraut, gut, dann laufen wir mal. Oh, da ist ein Hirsch. Da sind zwei Hirsch, da sind drei. Boah, Hirsche. Bleib stehen, bleib stehen. Und der Hirsch läuft das wie beim letzten Mal mit Anlauf in den Bär, den ich letztendlich nicht gleich gesehen hab. Au. Äh. Oh Gott, ich bin tot. Irgendwer hat mich geschlagen. Er hat mit mir den Hirsch geschlagen. Ich bin tot. Oh, du jagt dir bei den Hirschen. Weil der Hirsch lecker ist. Ich bin tot. Ich hab 20 Leben und bin critical bleeding. Jetzt nur noch bleeding, das könnte knapp werden. Glaub mal besuchen, okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitte nicht. So. Ist er gestorben? Ja. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, schreibst du mal ganz lieb Lynx an und sagst, Lynx war ein kleiner, bescheuerter Idiot. Kannst du uns beschreiben? Und hat mich gekillt. Du weißt schon, dass er uns da nicht portet, ne? Du, mich, bitte, bitte, wieder, du, du, Porten, du, schöner Junge. Soll ich das jetzt wirklich so aufschieben, dann? Hashtag. Nohomo. Ja. Ansonsten, wir haben ja wie immer unsere Frage, sollen wir irgendjemanden grüßen, ne? Und da hinten sind übrigens auch noch Loks. Pox. Äh, ja, ich baue zuerst die Leiche vom Ösiplanner. Okay. Was macht ihr? Das ist eigentlich alles. Ihr gebt mir immer die Schuld. So sieht's aus. Und jetzt war der Pox schuld. Und dann ist keine Katastrophe. So, ich sammle da mal ganz kurz das Holz. Vielleicht, hier ist auch nochmal Holz. Pox. Wo ist der Pox? Ich bin am Arsch der Welt wegen dir. Pox. Ja, ich bin hier. Was dann? Schnucki, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein. Ich bin hinterm Busch verschwunden. Ach, da bist du. Ich seh dich. Hinter dir. Ich dich aber nicht. Ach, da unten bist du. Komm her, hier. Da sind Loks. Da sind Loks. Ja, ja, ja. Ich bin unterwegs. Ähm. Das mach ich jetzt. Ich rechts zu links. Ja, das ist mir egal im Prinzip. Egal, wir farmen dabei Holz und bauen uns hier und was auf, weil der Druck, Unterbox, ignoriere mich gerade prinzipiell. Wieso? Wo bist du denn? Ja, irgendwo. Nicht bei dir. Hast du den Loks nochmal geschrieben? Ja. Ja. Antwortet nicht. Sag da einfach mal, lieber, lieber Serveradmin, du bist der Beste auf der ganzen Welt und äh, ich würde mich freuen, wenn du mir meinen Fehler verzeihen würdest, dass ich, äh, gestorben bin. Vielleicht funktioniert's ja. Gut. Ähm, so, jetzt hab ich hier erstmal Holz abgebaut. Ja, ihr seht auch schon, es dauert alles ein bisschen länger, bis man hier alles abgebaut hat, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, ähm. Also, es hat sich einig... Es gibt hier noch 15 statt 20, seh ich grad. Ja. Es gibt hier so ein paar kleine Veränderungen. Stone Hatchet, äh, dauert auch ein bisschen länger. Man muss ja auch ein bisschen gucken, ne. Die Tiere sind auch aggressiver, habt ihr ja gerade schon beim Ösiplay gesehen. Hm. Ähm, nein, das war eher ein Steinchen von Pox, der aggressiv war, allerdings... Eben, das war ja nicht mein Fehler. Naja, ich war zuerst an Nimri. Ich hab zuerst darauf geschlagen. Das stimmt doch gar nichts. Ich hab's angelegt, das war meins. Das stimmt ja nicht, du bist mir hinterher gelaufen. Ich hab's mit meiner Offenheit... Mädels, Mädels, hey. Ja, nur weil, äh, Ösiplay seine Tage hat, muss Pox nicht seine Tage noch dazu packen. So. Mann, 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 ey. So. Also, man muss jetzt sagen, das dauert ja echt schon, ne. Ich hab's mit mir, du bist der Besser auf der Welt, bitte verzeih mir. Boxer, ich will ja nicht warten. Also, genau, ich soll jemanden grüßen, und zwar von Bear Grylls Ludolf, ja. Er grüßt seine Mama. Also, liebe Mama von Bear Grylls Ludolf, ja. Schöne Grüße von ihrem Sohn. Falls Sie diese Folge sehen, wovon ich aber nicht ausgehe. Gut, ähm, okay, ich seh da hinten den Hintern von einem Wildschwein, wo seh ich Pox? Wo sind Pox? Ich bin immer noch an den ersten Loks dran, ich weiß nicht, warum das so unheimlich lang dauert heute. Ja, ich seh dich. Du kannst du bitte in den TS gehen. Nein, das kann ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt, äh, mitten hier in der Aufnahme bin. Ja, ich auch. Ähm, ich möchte mal noch kurz ein bisschen was zum Spiel sagen, zu den Neuerungen. Ich weiß nicht, ob es subjektiv ist, oder ob es wirklich so ist, aber die Performance wurde ganz schön, ganz schön gesteigert, oder? Kann das sein? Ob die auch die Verschlimmbesserung versteigert? Was meinst du genau? Die Performance wurde verbessert vom Spiel. Ja, ich baue mir jetzt da ein Haus. Äh, nein, nein. Also, ich kann es jetzt so aktuell gar nicht so, äh, hundertprozentig einschätzen, ja? Ähm, so, jetzt können wir ja mal zum Wald gehen. Komm, wenn der links dann irgendwann die Informatik haben, mal jedenfalls ein bisschen was. Ach, äh, Papier währenddessen? Äh, was du praktierst? Gut, ich suche erstmal Ärzteleute, weil das kann ja hier ein bisschen dauern. Du kannst ja da so ein bisschen was vorbereiten, wenn du dann zu uns geportet wirst, passt das ja. Ähm, Wartepox, ich baue mir mal ganz kurz hier eine Waffe. Ein Steinsperr in der Zeit. Weil, äh, nicht, dass ihr beide hier von irgendeinem wilden Bären angegriffen werdet. Ha, ha, ha. Wohin kann ich auch machen, wenn ich hier schon eh so in der Gegend rumstehe. Willst du jetzt hin? Was, wo ich hin bin? Weiter zum Wald. So. Wir nehmen da auf dem Sandhügel, oder? Nein. Stop, Fox, hier runter, 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 runter. Ich bin jetzt hier hinter dem Busch, wir sehen uns gerade nicht. Ich seh' klar, ich... Hier, siehste? Ach, da bist du. Ach, ich seh' euch. Nee, nicht. Ja, du siehst uns nicht, äh, weil, äh, ja, links und ich geportet habe, ne? Wann ist da nicht die Loks mit dem Radioaktiv und so? Die waren da weiter rechts. Weil da hinten liegen nämlich einfach. Wissen weiter links gehen, oh, ha. Wissen weiter links, aber cool, wie das Radioaktiv jetzt doch nochmal stark erinnert haben, mal eben so ins Graue. Ja, so anscheinend so ein bisschen an Chernobyl oder so erinnern, keine Ahnung. Ah. Ja. Oh, wie der Geil ist. Hat links jetzt überhaupt irgendwas geschrieben? Nein, links ist anscheinend noch gar nicht da. So, was ist... Ah, links ist wieder da. Jetzt kannst du schreiben. Okay, dann darf ich einen Text schreiben, so liebe Leute. Ja, bitte, ich darf jetzt einen Text schreiben. Oh je. Ich hab's schon geschrieben. Ähm. So. Ähm, wo ist denn der, ähm, Pauk's jetzt hin? Ich bin hier am Wald. Ja, guck. Du bist am Wald. Ich hab schon ein bisschen auf Baum rumgehauen. Ja, jetzt muss ich diskonnecten. Den Bereich. Ah, gut. Ah, ich hab mir schon gedacht, jetzt kommt gar keine vernünftige Folge mehr auf meinen Channel in Rust raus. War jetzt wirklich schon auf der Zahn. Und was wir auch gemacht haben, ist auch die Baumtexturen, ne? Das kann ich jetzt hier mal so ein bisschen genauer ansprechen. Äh, deutlich aufgewertet, ne? Sind nicht mehr so schwammig, sondern doch ein bisschen hochauflösen, ne? Ja. Oh, Bump-Bump-B-Bump-B-Bump-Bump-B-Bump-Bump-Bump Mapping wäre noch was Tolles gewesen. Ja, das kommt bestimmt noch. Jo. Habt ihr irgendwo ERZ gesehen? Nein, bisher noch nicht, aber das können wir ja gleich noch erforschen. So, gut. Während wir das jetzt soweit alles schon mal haben, können wir auch schon gleich zu der nächsten Sache kommen. Und zwar wisst ihr ja, dass am Freitag unser Livestream startet mit den diversen Events und die wir vorhaben. Der Livestream wird halt auch, wie vorher auch bekannt gegeben, sozusagen in drei Etappen sein. Ich glaube, ich werde den Livestream anfangen, vielleicht Ösiplay sogar noch ein bisschen früher, ich weiß es jetzt gerade nicht. Also ich fange ab 20 Uhr an auf dem Poxplay-Server, so soll es eigentlich geplant sein. Ich weiß nur nicht, ob der Pox das bis dahin hinkriegt, den Server hundertprozentig zu starten, den Troxplay. Lass, 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 mach mir nur keinen Stress, mach mir gerade keinen Stress, so. Mir könnt ihr Stress machen, aber mir gerade nicht. Okay, kann ich jetzt halt nicht genau einschätzen, deswegen, geplant ist es auf dem Server das zu machen, ob es dann so kommen wird, keine Ahnung, ja. Dieses Niveau. Was, im Chat? Im Chat, ja. Ach, Göttchen, hallo. Ich sag nur die eine Challenge, ne, mit der Kill-Folge. Apropos Challenge, da fällt mir ein. Ähm, wir haben ja diese Witz-Challenge, also die machen wir noch, keine Sorge, liebes Gumbay.de-Team, ja. Bloß, äh, das braucht wirklich massig Vorbereitung, da muss man sich wirklich mal Gedanken machen, das kann man nicht einfach mal so schnips und da ist es, ja. Ähm, trotz alledem, liebe Leute, wenn ihr noch weitere Challenge habt, ja, ihr müsstet uns nur schreiben, wir machen wirklich die Challenge. Das ist kein Ding, ja. Der Booty-LP hat uns damals eine Challenge genannt, die fanden wir auch ganz lustig, die haben wir auch durchgeführt, ja. Ja, wir würden halt gerne weiter so welche Challenges haben, ja, gerade jetzt, wo das, äh, mit den gemoddeten Servern bei weitem, äh, besser funktioniert und ich hab trotzdem immer noch den Motion Blur, Fox. Das ist bei mir immer noch. Ja, ich glaub, ich hab ihn auch noch, aber, wie gesagt, ich kann mich über die Performance trotz Motion Blur nicht beschweren. Ich hab durchgehend 40 FPS. Ja, das ist ja nicht das Ding. Wo seid ihr eigentlich hingegangen? Ich bin noch in den kleinen Waldstieg am See. Äh, wir sind hier, ähm, am, also ich fang jetzt hier schon mal ein bisschen anzubauen. Oh nein. Ich hör dich. Hier am, hier am Strand liegen zwei Erz, äh, vorkommen und die sind verstrahlt. Ja. Okay. Kann man die nicht schnell abbauen und dann abbauen? Hm, na, das überlebt sie, glaub nicht. Solange du nix zu essen hast, ist es halt ein bisschen riskant, ne? Also, und der Essen baut Radioaktivität ab, oder wie? Nein, aber dann kannst du dich wieder hochheilen. Ich hoffe, erläuft mir richtig. Ich mach mal nen Hammer. Ja, ich muss jetzt hier die Brau mal aufbauen. Ich will das so hinhaben und dann bin ich wieder gut. Du bleibst weg von meinem Radiesmann. Genau. Was heißt, das war ja nicht mal deins. Komm, eins. Ich würde auch sagen, wir machen heute mal so ne etwas, bisschen längere Folge, ist ja kein Problem, oder? Ja, wie mir, gerne. Spaß. Oh, mit dem Hammer kann man übrigens schnell den Baum abbauen. Mit dem Hammer? Ja. Okay. Ich, dann werde ich da mal den Hammer machen. So, weißt du, ob die Salvage-Tools schon gebalanced worden sind? Ich weiß es noch nicht. Ich hab jetzt wirklich, ehrlich gesagt, noch nicht ausgetestet, deswegen sind wir ja hier auf dem Server, hä? Ja. Vielleicht sollte das ein Konzept so. Also, der Hammer, der wurde definitiv nochmal hier gebalanced, der normale Hammer. Der haut jetzt wieder schön schnell zu. Das ist richtig schön, wie der jetzt zu haut. Ich hab jetzt auch einen. Guck ich mir an. Und. Aber der ist wieder echt so extrem laut, dass man euch wieder nicht hört, ne? Ja. Leider so. So. Lieber Fox, wo war denn hier... Ich geh mal hier hoch auf den Berg und gucke mal da oben, ob ich da oben irgendwelche Erze finde. Damit wir dann vielleicht mal mit dem Stein uns ne Stone-Ex machen können oder so. Ja, genau. Also, du hast recht mit dem Hammer. Geht wirklich schön. Du baust allerdings nur in 10er Schritten ab und nicht in 15er Schritten wie beim... Stein? Ähm. Stein, ja. Wow, jetzt hatte ich aber gerade einen Riesen-Lag beim Waffen wechseln. Oh, da hinten ist die Wolfsstatue, die seh ich mal. Okay. Also, bisher seh ich hier noch nix. Also, hier oben ist nix. Überall die gleichen Kinder unterwegs. Lieber Tango, ja? Let's play Tango. Ähm, Ösik, bist du hier ein Haus baut? Ja. Okay. Oh, hier hab ich vier Steine, das ist gut. Ah, ne, drei. Ne, da oben ist der vierter hier. Ähm, Wald, rechts, also berghoch und dann ein bisschen rechts halten. Ach, hier unten sind die. Weiß nicht, ob's deine sind, aber das sind ja bitte für mich. Wenn die wieder an der Küste sind, da warst du uns vorhin erst. Nein, 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 da bin ich nicht. Aber das ist hier nur ein einsamer verlassen, aber den nehm ich mir trotzdem. Hier sind vier, da oben. Warte mich. Weil der fehlt halt ein bisschen weiter weg. Das ist aber egal. Ich seh vier Stück, reicht. Das fehlt. Ne, also wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr noch Challenges habt, dann sagt uns die Challenges und wir bewältigen sie. Ja, was weiß ich, wir hatten selber auch schon mal Gedanken gemacht für neue Challenges, aber wir wollen halt euch da wirklich die Kreativität, eurer Kreativität da freien Lauf lassen. Ihr könnt auch gerne was mit Voice Chat nehmen, ihr könnt auch was mit Face Cam nehmen, ja, es ist alles wirklich komplett möglich, ja. Wenn ihr sagt zum Beispiel, jedes Mal, wenn ihr einen killt, also ihr müsst auf einen Server gehen mit einer Server-Pile. Stopp, kurz, kurz, kurz. Sorry, dass ich unterbreche, aber mein Rost ist gecrasht. Ich muss jetzt kurz weiter dann aufnehmen, aber das ist vielleicht dann nochmal, wiederholst kurz, für meine Zuschauer. Oh, das gibt's nicht, ich platziere, die Tür ist crasht. Äh, ja, ich hab schon vorhin gehört, dass es mit der Tür Probleme gibt. Stand auch im Chat, als du auch schon online warst. Aber du liest ja in Chat nie. Gibt mir wieder was zum Vorwurf gemacht. Pox, was du hast da gerade da hinten? Ich bin gerade aus dem Wald rausgekommen, ja, und hab meinen Hammer in der Hand. Äh, äh, äh. Jo, hab ich auch. Äh. Easy Player is connected. Willst du uns das auch in der Face Cam mal zeigen? So, ich haue jetzt auf den Hammer, bringt auch. Nur zu. Wo ist denn der Fox? Keine Ahnung. So, jetzt würde mich aber mal interessieren, wenn ich jetzt die erste Stufe hier unten ausbaue, wie das dann aussieht. Ja, der Öl sieht, der positiv passiert gerade ein bisschen. Na, na, das ist mein, das ist für mich. Also ich baue das hier gerade aus, die Level von der Foundation, aber das bringt gar nichts. Okay. Also, man sieht auch nicht mehr großartig was, oder? Ne, man sieht keinen großen Unterschied, ne. Jemand, der hat hier gefunden? Darf ich hier ein paar Sterne haben für eine Stone Headshot, bitte? Nein. Wo waren die Atze? Warte. In der Richtung, genau. Genau in der Richtung. Ich lauf mal hin in die Richtung und da findest du sie. Hast du eigentlich alle abgebaut gehabt, so? Ne, nur einen. Okay, weil ich hab hier nochmal zwei nebeneinander gefunden. Genau, das sind die. Ein bisschen weiter oben. Ja, das sind die. So, was haben wir denn hier? Foundation Steps? Foundation, Wooden Door Plan, Foundation Triangle, Railings Plan, Stairs, Wall Plan, Window Plan. Window Plan. Foundation Triangle. So. So. So, mal gucken, wie jetzt hier diese, ähm, ob sie diese Triangles schon verbessert haben. Ist ja auch mal interessant zu wissen. Ah, verdammt, das funktioniert nicht. Ich glaub, der Toro hat mich hauptsächlich in die falsche Richtung geschickt. Sicher nicht. Kann aber auch sein, dass ich schon alles abgebaut hab, was Jürgen bleibt. Es ist schon wieder gecrashed. Oh, der Ösi-Player hat ja anscheinend ein paar Probleme. Oh. Die Triangles funktionieren jetzt wunderbar. Inwiefern was hat er vorher nicht funktioniert? Sie haben jetzt Texturen. Ah, okay. Probe Frage. Pox-Frage halt, ne? Jetzt. Falls jemand fragt, warum der Ösi-Player immer jetzt sagt, er versucht halt zu synchronisieren. Wer ist das? Pox, bist du echt? Ja. Boah. Ich glaub, ich baume mich hier mal mein Häuschen. So. Sorry, Leute, dass die ganze Zeit crashed, das tut mir echt leid, aber... Ja. Ach, Ösi-Mach, ich kannte es selbst nicht dafür. Man gewöhnt sich da dran. Das ist für die Bearbeitung einfach scheiße. Nein. Nein, das ist doch vollkommen in Ordnung. Er braucht aber bei mir nicht. Ihr wisst schon, was mein Problem ist. Man muss dazu sagen, was nimmt der Ösi-Player auf? Preps. Okay, ich nehme jetzt gerade mit Preps auf, ja? Wir nehmen ja hier schön mit Dick Story auf, ja. Aber machen natürlich jetzt hier ein bisschen Produkt-Placement, ne? Werden aber nicht dafür bezahlt. Also, ich suche jetzt, wer hat der Ärzte. Wie, wir werden nicht bezahlt. Ne, wir werden nicht dafür bezahlt. Ich werde von dieser komischen Firma aus, ja, bezahlt, was ich mit ihrem Programm aufnehme. Echt? Ach so, okay. Ja. Das ist dann natürlich etwas anderes. Nein, Spaß beiseite. So, Pox, ich habe hier ein schönes Eingangsding hier, ja. Genau. Also, Ösi-Play. Okay, ähm, wann kann ich denn das jetzt nochmal ansprechen, hier mit den Beispielen, so, hm? Kannst du schon, wenn es nicht gleich wieder crasht. Okay. Also, kommen wir nochmal ganz kurz zu den, ähm, Challenges, ja? Ihr habt einen Vorschlag für eine Challenge, sei es mit einer Facecam, sei es mit Mikrofon bezogen oder sonst was. Kein Problem, wir bewältigen sie, ja? Sei es die Challenge, ähm, äh, bei jedem Kill einmal, was weiß ich nicht, in eine Zitrone beißen oder so. Oder beziehungsweise bei jedem Tod in eine Zitrone beißen. Sucht es euch aus, ja? Wir verhindern auch das Gesicht, ist vollkommen egal, wir machen es, ne? Oh, 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 apropos Zitrone beißen. Wir müssen Lemon Face Challenge machen. Keine Ahnung, ich hatte niemanden... Boah, ich wollte das als Strafe machen. Wir machen es einfach so, uns braucht niemanden für Strafe. So, ansonsten, liebe Leute, ich weiß, man macht sowas selten in einem Let's Play, ja? Aber, ihr seht ja heute das Let's Play. Und, ähm, ja, als wir das Let's Play aufgenommen hatten, war ein ganz besonderer Tag, ne? Und darum, also, ich möchte euch da ganz kurz... Ihr könnt da ruhig auf den Channel von dem Pox schreiben, er hatte gestern Geburtstag. Ich muss das erwähnen, lieber Pox. Ja? Ja, darum, also, wenn ihr ihm gratulieren wollt, dann gratuliert ihn nochmal, ja? Es ist ja auch eine besondere Folge für ihn. Er hat keine Challenge, die er verlieren muss. Er muss keinen roten Nagellack tragen. Da ist eigentlich die gute Frage, ähm, lieber Pox, hast du dir denn schon den Nagellack besorgt? Nein, aber du bringst mich auf eine super Idee, was ich noch ein bisschen wieder mit reinnehmen kann. Wenn ich den Nagellack kaufe und bezahle. Und vor allem, du durfst die Kassiererin, guckst, wenn ich dir die Kamera ins Gesicht halte. Ja, genau, also, der Pox macht wirklich dann ein Video. Was bringen diese Hold-Shatter? Die bringen ja nichts, das ist genauso, wie wenn man gegen den Baum haut. Ähm, aber man kann es schnell abbauen, ich wollte gerade sagen, und da ist mehr drin, als in einem Baum. Ähm, als in einem Baum. Ah, der Oesi-Pferd, da muss noch viel lernen, aber wie hat er so schöner, einer mal bei uns im Channel oder auf meinem Kanal gesagt, der Oesi-Pferd ist dabei. Ja, warum wohl? Down the Crashs. Ich werde vom Pox gekillt, bin irgendwo, nirgendwo. Ah, jetzt ist wieder der Pox schuld, ne? Ist klar. Ah, ich hab schon wieder das Problem, dass hier viel zu dunkel ist. Kann ich hier, kann ich hier die Brightness einstellen? Tear-Quality. Ne, der Pox ist nicht schuld. Ich hab den Droh dafür die Schuld. Hm. Ich bin hier gerade was im Überlegen, liebe Leute. Wie sieht denn das aus? Das könnte fast interessant aussehen, oder? Da ist nichts an Erzen. Ne, das sieht doof aus. Mach mir mal in den Ofen. Wisst ihr es, Leute, so läuft das nämlich in Wirklichkeit ab. Ich werde hier in die Irre geleitet von meinen Kollegen. Und die lachen sich dann ein Schlapp nach der Aufnahme über mich. Das ist ja das. Lo, 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 lo. Ist ja, wo das Low-grade-Feel drin war. Bitte nicht. Ach, da hat er auf die Jusche Blumen. Wo dem Doppeln 11 mal zwei Türen. Oh, ich mache jetzt mal zwei Türen. sofort. Ja, wie gesagt, also, ähm, Challengers nennt uns eine Challenge und... Ah, also ich kann eine Tür platzieren, ohne Probleme, Ösifel. Ja, bei mir ist es gecrasht. Ich kann die Tür sogar aufmachen. Ich konnte es hier auch aufmachen. Gut, so, nachdem ich das jetzt alles habe, jetzt kann ich aber hier endlich mal wirklich... Jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich wieder zurückkomme zu euch. Warte, ich ich mach ne Fackel, äh, verdammt, ne, um ne Fackel zu machen, muss ich erstmal auf Jagd gehen. Ich mach, ich mach gerade einen Ofen. Hast gerade einen Ofen? Ja, und dann werde ich gleich mal ein bisschen Metall für, für Lampen machen. Ich mach für uns alle dann ein paar Lampen. Ihr habt nicht 100 Steine für mich. Stimmt. Ha? Ich verstehe nicht, warum du hier nichts findest. Ich sehe hier überall welche. Ich sehe kein einziges bis jetzt. Da, wo du mich hingeschickt hast. Der hat ja Pox auch abgebaut, hat er gesagt. Ja, du sagst, da hinten gibt's noch welche. Jo, da waren... Also ich hab da hinten drei Steine abgebaut. Ja, richtig. Und das waren die drei, die ich meinte. Das hat die Pox aber auch vorher gesagt. Und nicht zu meiner Tür rein. Unglaublich. Ähm, in einer meiner älteren Folgen wurde die Frage gestellt, wie man äh, hier die das Menü aufruft. Und zwar, ich möchte es ganz kurz erklären, fällt mir gerade so ein. Ich mit hab. Auf keinen Fall. Ähm, ihr zieht euch den Foundation Plan unten in eure Hotbarleiste. Bei mir in dem Fall die drei. Ihr macht einen Rechtsklick und ihr habt dieses wunderschöne vorm schöne Menü. Auswählen, was ihr braucht. Oh, kannst du uns vielleicht etwas über Life is for You don't erzählen? Nein, kann ich nicht. Mist. Ähm, Leute, ich hab gerade... Oh, verdammt, ich hab gerade ein tierisches Problem. Ich glaube, ich sterbe. Jawohl. Das wäre jetzt sehr ungünstig. Ich hab einen Bär am Hintern und war im radioaktiv verseuchten Gebiet. Wo bist du denn? Übermut tut selten gut. Stimmst du? Okay, hat aufgehört zu bluten, aber... Verdammt, ich wollte doch nur den Hirsch töten. Wer läuft da? Wo bist du? Ich komm doch schon wieder zurück. Ich laufe jetzt gerade jemandem entgegen. Ach, da bist du. Wer ist das? Geht einer von euch jetzt vor mir? Weiß ich nicht, ist das Pox? Nein? Hast du ein Speer in der Hand? Ja, ich hab ein Speer in der Hand. Ich hab einen Hammer in der Hand. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Es ist jemand bei uns. Boah, der tötet mich. Boah. Er läuft doch einfach. Ist der bei uns hier in dem Dorf, oder was? Ja. Er läuft mir hinterher. Der ist P.E. in der Hand? Wo bist du jetzt? Ich bin das. Wo ist er denn? Er läuft jetzt den Berg runter und er läuft mir hinterher. Er läuft doch wieder zum Dorf hin. Ja, beschützt mich. Ja, wir sind hier beim Dorf. Wir sehen dich ja nicht. Da, hinter euch. Ich komm den Hügel runter. Ich bin der Erste. Der Zweite ist das. So, jetzt läuft er. Ähm. Ich will nicht schon wieder sterben. Was ist das für ein riesiger Speer? So. Jetzt heul ich gleich wieder wer im Chat. Wartet der, der Schöne. Hat der Steine dabei? Wartet. Wer auch immer durch meinen Speer gestorben ist, willkommen im Let's Play. So. Siehste, haben wir dich doch noch gerettet, hm? Mann, Mann, Mann. Jetzt muss man ja sowas schon den Easy Play retten. Ja, die Easy Play Rettungsaktion. Ja. Leider werden ja die Namen nicht angezeigt, sonst könnte man die anprangern. Als ob das nicht schon genug wäre, bricht jetzt meine Katze in mein Zimmer ein und ich musste wieder einen Schnitt reinmachen. Wir sind toll. Vor allem mit dem Pulsadern. Ja. Der Pox hat heute ein bisschen zu viel. Bin ich getrunken. Zu seinem Kuchen dazu. Ähm. Was schreibe ich denn jetzt mal? Denk ich mit dem Stein drauf. Ja. Die Pflegejagd. Wieso? Was gibt es denn jetzt für eine Diskussion? Habe ich irgendwas verpasst? Na? So. Nein, es gibt keine große Diskussion. So, ich versuche jetzt aber echt hier nochmal ein Tier zu bekommen. Ich brauche... Was ist das? What the hell ist das? Äh, Leute? Ja, was gibt es denn? Ich glaube, der Berg hier hat Pickel. Was ist das bei dir im Haus? Ne, ne, ich komme nochmal hoch. Ich zeige euch das mal. Das müsst ihr euch angucken. Also, es sieht aus... Oder wie so eine mutierte Brustwarze von einer Frau. Oh Gott. Warte mal, ich hoffe, ich finde es. Ich bin hier unten im Wald. Ich muss nur den richtigen Weg finden. Also, ich komme jetzt gerade hier aus dem Wald raus. Äh, in der Nähe von meinem Haus. Ja, ich stehe jetzt hier genau am Rande des Waldes. Links von unserer Siedlung. Oder rechts von unserer Siedlung. Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Da, Pox, genau. Du läufst gerade auf mich zu. Genau, ja. Hier, 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 stopp. Das bin ich. Das ist Ösi. Das ist Ösi. Ösi läuft auf mich zu. Ach, da hinten. Genau. Jetzt kommt mal mit. Also, ich muss sagen, die machen hier immer mehr, was das Ganze angeht. Also, die Steinformationen, ne? Darf ich jetzt wissen, ob sich wer beschwert hat darüber, dass du ihn getötet hast? Nein, 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 da hat sich keiner beschwert. Warum hast du es in den Chat geschrieben? Warum nicht? Hier, guck dir mal diesen Stein an. Das sieht doch mal ganz ehrlich. Oder wie so eine Alienbrutstätte oder so, oder? Wo ist, in welcher Dimension ist das ein mutierter Nippel? Also, finde ich schon. Das ist ein Triple Quad Ultranippel. Das sieht aus wie die Kruste, die man auf einem aufgeschürften Knie hat, aber nicht wie ein... Oh mein Gott. Der Nippel war eine schönere Vorstellung. So, da ist ein Bär. Hauptsache, über mutierte Nippel zu reden, ist eine angenehme Vorstellung, oder was? Das ist ein Bär. Ja, ich komme schon, ich komme schon. Ich habe den Bär gesehen. Ich glaube, wir müssen die Folge jetzt auch beenden, oder? Ach, ein bisschen länger, das freut die Leute. Nein, man sollte es auch nicht zu lang machen. Die Leute wollen nicht so lange unser Gelaber sehen. Ab und zu mal so ein bisschen Gelaber, aber da oben. Ja, ich habe ihn schon gesehen, der ist hinter dem Busch, ne? Ja. Greif du ihn zuerst an. Ja, toll. Gute. Er ist tot. Okay. Gott, ich blinder ihn schnell. Alter, der kann mir richtig angerannt wüten. Sonst gehe ich auch immer langsam. Langsam? Was? Nein? Doch, der Freund, der war richtig langsam. Der kam ja jetzt richtig auf einmal so... Ich komme. Ich nenne ihn jetzt liebevoll, den Challenge-Bär. Der hat letztes Mal auch gemeint, in der letzten Aufnahme. Hey, ich friss dich mal einfach mit Vollgas. Okay. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal gesehen. Der andere Freund, der war total locker, relaxed, so... Boah. Also, so Balou, der Bär mäßig, ne? So, probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Dann kriegst du einen Bissen von Pox ab. Und wenn du stets gemütig bist und auch mal einen Ösi isst, dann nimm ihn dir... Na, egal. Sorry, das musste aber jetzt sein. Wer jammert denn da? Ja, liest ja das durch. Was ist das überhaupt für eine Map, ne? Without Wood Special Map? Ja. Aber das geht uns nichts an. Wir machen hier unser Let's Play und was da im Chat steht... Ja, aber es nervt, wenn du das ständig nebenbei im Chat herum... Jo, aber trotzdem, du musst es da nicht übertreiben, ne? Ich übertreib? Ja, du wurdest jetzt gerade beleidigend, muss man dazu sagen. Ja, also, das ist wirklich, ne? Ich bin, ich bin so... So, wo zur Hölle ist mein Foundation-Plan? Oh, lieber Pox, lieber Pox. Also, was ich beim letzten Mal angesprochen hatte, wegen den Texturen in der Challenge, ja? Holzabbauern vernünftig, hat keiner von euch 100 Holz, äh, Stern. Da kommt doch mal her, Ösi. Wir müssen mal nicht kein Ösi-Play versorgen. Du hättest mich krepieren lassen, wenn ich Hunger und auf der Straße gelegen, ja. In Rust natürlich. Ne, in Rust eigentlich nicht, aber dann, äh, in Österreich, ja. Nein, liebe Leute, ich hab nichts gegen Österreicher. Ich hab wirklich... Vater, doch hat er, jeden Tag, muss ich mir das anhören. Kann ich wahr. Was machst du da? Äh, 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 äh. Was, was drohst du mir? Raus. Glaub ich nicht. Raus. So, mach jetzt keinen Fehler. Ich mache keinen Fehler. Nö, ich kann in mein Haus gehen. So, ich hoffe, du stehst jetzt hier nicht mehr, gut. Du kannst in dein Haus gehen, das ist doch eine schöne... Sache. Ah, toll. Die Triangle-Texturen für Floor sind leider noch nicht da. Oh, scheiße. Schöne Decke hast du da. Aber egal. Wo bist denn du, Pox? Äh, egal, ich glaube, die Folge ist jetzt eh eh schon zu Ende, also. Ich nehme schon 30 Minuten auf. Ja, wir nehmen vielleicht 30 Minuten auf, aber die Folge... Da ist doch der Pox, also, was du immer für Probleme hast. Du wurde auch mal Rufen und umhüpft. Das Thema, so wie ich bin's. Weißt du? Ja, komm her. Gibt's, äh, Steine. Ja. Danke. Der Pox ist der Beste und der Truhe ist ein österreichfeindlicher Mensch. Pass auf, Junge. Nimm deinen Speer aus meinem Gesicht. Achso, okay. Achso, okay. Achso, okay. Achso, okay. Achso. 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 Ich hab mir den Speer zurückgeholt. Mist. Echt? Ja. Hast du nicht? Ich hab ihn. Achso, hab ich mir bei Pox... Achso, hab ich mir bei Pox... Hast du einen mitgenommen, Isi? Äh, Isi, wenn du den von mir genommen hast, ich hab ihn mir von Pox genommen. Achso, okay. Warte, dann gebe ich den Pox das wieder. Weil das wäre ungefähr gegenüber dem Pox. Ich baue nicht so viele Sterne. Willst du den Rest haben? Okay. Es sind 300 Steine, du brauchst dann schon 200 für die Headshot. Oh, also mit der Headshot kann man den Baum richtig gut abbauen. Ich brauche 100 für die Headshot. 100 Steine und 100 Holz. Ne, 200 Holz und 100 Steine, ne? Ja, eigentlich egal. Okay, also hier, die Bäume. Ja, ähm, kann man jetzt hier richtig schön abroden. Na, jetzt würde ich mir noch da in dem Augenblick das so wünschen wie in Starforge. Halt, warte mal, Isi, bist du das? Ja, natürlich. Jetzt würde ich mir das auch so wünschen wie in Starforge, dass die jedenfalls so ein bisschen umkippen, ne? Bäume? Oh, das wäre toll. Das würde das Ganze nochmal so ein bisschen authentischer machen. Die Physik-Engine ist schon eingebaut, aber sie haben es noch nicht, äh, aktiviert. Muss man dazu sagen, ich habe darüber ja schon Videos gesehen, ne? Darum, ähm, ja. Gut, wir sehen jetzt aber wirklich über 30 Minuten. Ich mache jetzt hier gerade nur mal ein bisschen Waldrodung. Ich finde das so geil, wie dann die Schatten verschwinden und hier alles auf einmal hell wird. Geht das nicht? Was geht nicht? Nichts. Okay, liebe Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann schaltet ein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Rust, ja? Und wir sehen uns dann bei dem nächsten Livestream wieder. Und tschüss. Ciao. Ciao. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Okay,uter. Na, Italia المann marking ist sicher schön. Da war's natürlich klar.